Liebe, was ist das eigentlich? Was bedeutet das überhaupt? Ich meine, Liebe kann man ja nicht anfassen, nicht riechen und auch nicht schmecken. Und dennoch ist sie da. Im Laufe seines Lebens spürt sich jeder einmal. Es ist ein sehr mächtiges Gefühl. Sie zeigt von tiefer Verbundenheit und starker Zuneigung zu einer Person. Liebe ist, sein Bestmögliches zu tun, damit es diesen Menschen gut geht. Liebe verlangt keine Gegenleistung. Liebe bedeutet, den Menschen so zu nehmen, wie er ist und nicht ihn verändern zu wollen. Liebe bedeutet, sich um jemanden zu sorgen, als nur um sich selbst. Liebe bedeutet, und Liebe bedeutet noch so viel mehr als das, als nur das. Aber wenn ich alles aufzählen müsste, würde das Video zu lange dauern. Wer weiß, vielleicht werde ich eines Tages einen zweiten Teil dazu drehen. Aber für den Moment vielleicht nur noch so viel. Ich wünsche jedem Menschen alles Liebe dieser Welt. Auf das alle Menschen die Liebe ihres Lebens finden. Und so viel Liebe wie nur möglich in dieser Welt verbreiten. Der Unpopular Philosoph. Und so viel Liebe auf. Und so viel Liebe.